Willkommen zu einer Runde Geilwurst auf dem Gommi-Server. Hey, in der heutigen Episode seht ihr schon eine kleine Veränderung. Und zwar versuche ich was Neues mit der Facecam. Eine Facecam hat ja nicht so eine gute Qualität wie eine richtige Kamera. Und da kam der schlaue Morgan mal auf die Idee, ich könnte ja einfach mal als Facecam eine richtige Kamera benutzen. Allerdings ist dies auch ein bisschen mehr Aufwand, weil es ja extern ist, das ist ja nicht eine Datei. Wo sie das synchronisieren, besser zusammenschneiden und so. Aber ja, könnt ihr mal eure Meinung schreiben. One Hit. Also ich finde das schöner, also von der Qualität her wäre es auf jeden Fall tausendmal besser, würde ich selber mal behaupten. Ich denke von der Qualität her der Cam wäre das schon mal besser. Und ja, ich würde sie dann auch da positionieren, wo sie jetzt gerade steht. Dann hätte ich auch ein bisschen besser mit euch interagieren, so richtig snorkel. Oh, ich habe meine NAPEL umsonst verbraucht. Ich bin ein Genius. Das Ding ist halt, ich versuche halt, oder schaffe es dann besser ein bisschen auch mit der Kamera zu interagieren und so. Ich hoffe halt nur, dass das Mikrofon, wenn ich dann auch so rede, alles jetzt mit aufnimmt. Das ist die erste Aufnahme, die ich so mache. Und ich hoffe, es wird auch die erste gute Aufnahme. Ja, ich versuche halt immer ein bisschen mehr Qualität reinzubringen, weil ich finde es halt immer doof, dass es heißt, oh, dieser Minecraft-Liz-Player, äh, Minecraft. Ich mache ja nicht nur Minecraft, ich mache sehr viele andere Dinge auch nebenbei. Und trotzdem, auch wenn man Minecraft macht, oder ich halt auch die anderen Sachen, ich möchte mehr Qualität reinbringen. Ich bin nicht der Beste im Schneiden. Das ist mein Problem. Ich bin kein Typ, der richtig gut schneidet und dann in dem Moment die Kamera wieder groß und klein. Und, ah, das kann ich zum Beispiel gar nicht. Gut. Ähm, aber trotzdem möchte ich schon die Qualität erhöhen. So, das ist halt mein Ziel. Soll ich runterspringen, oder? Ich habe das bessere Equipment. Ja, erstmal failen. GG. Zum Glück bin ich sehr gut. Nein. Ja, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch das schon hochgeladen habt. Es gab ein Mine-War-Event auf dem GOMM-Server, wo die YouTuber so gegeneinander gekämpft haben, ey. Ähm. Ciao. Oh, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Easy. So, neue Runde. Neues Glück, würde ich mal sagen. Mal sehen, ob wir diese Runde wieder was reißen können. Ich bin noch ein bisschen unzufrieden mit meinem Mikrofon. Ich hätte da, keine Ahnung, ich bin damit immer unzufrieden. Ich weiß nicht, warum. Ich finde die Qualität vom Mikro bei anderen Leuten besser, obwohl ich ein relativ gutes habe. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ein bisschen paranoid. Ich glaube, daran wird es liegen. So, jetzt erstmal in Ruhe meinen gehen. Hallo. Brauche denn ein bisschen Dias? Genau genommen brauche ich noch einen, dann haben wir die Harnisch, die ich wollte. Es wäre schon positiv, eine Lederharnisch auszutauschen. Wo war ich eben ein Mine-War-Event? Genau, da gab es ein Mine-War-YouTuber-Event. Ähm. Bei dem ich aber nur dabei war. Ich habe da nicht aufgedorben, ich war nur dabei. Aua. Bam. Oh, war das knapp. Enderperle sei Dank, das hat mir echt den Arsch gerettet. Ich sehe dich. Ha, 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 oh, 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 Kombo. Alter, den habe ich ja richtig gehittet. Ich habe ja gar keine Sonne gesehen gegen mich. Oh, jetzt kommt direkt der Nächste. Jetzt kommt direkt der Nächste, Alter. Der hat aber nichts Intus oder so. Alter. 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 Wow, war das knapp. Der hat ja mal richtig ordentliche Hits verteilt. Genau. Mine-War-Event. Ich komme nicht zum Reden. Da habe ich nur, ähm, weil ich nur dabei habe, aber nicht aufgenommen. Ähm. Könnte ich das so denn nicht sagen? Egal, da kommen sicher Videos bei Ari. Weeved, Weeks und Gomme. Wir waren ein Team. Da könnt ihr gerne bei denen vorbeischauen. Das würde mich sehr freuen, Leute. Das wäre sehr impressend. Impressend? Wat? Bam. 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 Oh, fail. Nein. Als ob er sich noch... Oh. Da versuche ich aktuell irgendwie mein Bestes so ein bisschen, meinen Kanal so zu machen, wie er mir selber gefällt. Also, indem ich halt sowas optimiere jetzt. Wow. Fress den Haltrank. So, letzte Runde. Mal sehen, wie es läuft. Ähm. Wir benutzen das Knüppel-Kit in dieser Runde. Von daher wird es eine relativ schnelle Runde. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ich finde immer, man selber sollte halt zufrieden sein mit dem, was man macht. Ähm. Ja, deswegen versuche ich damit, äh, das... Eigentlich mache ich das auch so, wie ich es halt cool finde. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass ich das halt ein bisschen eigentlich so gestalte, wie ich es halt cool finde. Es gibt halt immer Leute, die finden das alles nicht so cool. Das tut mir dann immer leid. Aber man kann sich nicht ihnen recht machen. Ich will halt am liebsten meine Videos halt so, wie sie mir gefallen. So. Ciao. So, da kommt direkt der nächste Rabauke. Ciao. Ciao. Als ob, als ob, als ob. Er fliegt. Er fliegt doch noch. Oh, er macht TNT-Boost, oder? Machst du TNT-Boost? Machst du, machst du. Wir müssen da mal schnell hin. Weil es ist dumm, wenn der in der Mitte ist, hat er vielleicht Schneebälle. Er ist tot. Warum ist der... Er ist einfach zerplatzt. Ich frage mal. Ich frage einfach nicht weiter. Passt schon. So, ich würde gerne schnell in die Richtung jetzt, bevor ich mich im Schneeball trifft. Ah. Perfekt. Muss ich mich nur noch hier hochbauen. Und dann kommen wir auch gleich in die Mitte. Ciao. Was Oma für den Tank benutzt hat. Es hat ihm nichts gebracht. Hauptsache, er schreibt noch. Nice hack. Danke, danke. Das freut mich sehr. Ich hecke aber nicht. So, jetzt er hier noch. Es lebt nur noch einer. Der letzte wird mich bestimmt richtig hart töten. Come on, Alter. Ja. Nein, wir haben ihn hart getötet. Ja. Nice, Alter. Okay. Wenn euch die Runde gefallen hat, lasst gerne einen Like und eine Bewertung da. Um es zu den Feuern gibt. Ciao. Wartet. Erkennt ihr, Zuschauer, eure Zeiten hier in die Kommentare hauen bei dieser Speedermap. Aber wir haben eine sehr kleine gute Zeit, weil wir einfach noch rumstatten und über den Sinn des Lebens diskutiert haben. Und ich habe erst mal 116 Fails geholt. Ich habe 100 gemacht. Ja. Bam.